Das ist Kapitän Leutnant Hoffmann. Sie kommandieren eins der neuen Boote. Darf ich vorstellen, Simon Strasser? Enchanté. Französin. Nein, Deutsche. In meiner Geburt war das Elsass Deutsch. Ich habe ein Servicat zu dem Motivator, das ist nicht egal. Ich bin ein Klima. Ich bin ein Klima. Ich bin ein Klima. Ich bin ein Klima. Sie müssen etwas geben. Polizei! Ein Geheimauftrag? Ja, er kommt direkt aus Körbels Büro. Es handelt sich um diesen Herren. Mr. Samuel Greenwood. Das ist die Welt, die sie erschaffen haben. Wir sind die Begriffe und alles, was wir haben, ist unser Recht, um zurück zu kämpfen. Es ist sie, oder es ist alle von uns. Du selbst. Anna! Hier draußen sind wir für uns allein gestellt, aber zu verrecken, weil wir einen Passagier an Bord nehmen, ist eine Schande. Wir müssen das persönlich machen. Wir haben alle Explosiven, die wir haben gelegt. Wer auch du bist, besser du es wert bist. Verwende. Alarm! Zu vort tauchen! Verwende! Meine Pflichterfüllung liegt in der Befolgerung von Befehlen. Los geht's! Was für alle diese Menschen, die sterben? Innocent. War ist der größte Ökonomie, die ich nie erfülle. War macht's money. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR